Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Rückzugsgefechte haben immer etwas ungewollt Komisches. Denn ein Rückzugsgefecht führt man bekanntlich dann, wenn man nicht kampflos aufgeben will, obwohl die Schlacht längst verloren ist. Ein derart komisches und sinnfreies Gefecht kämpft in Deutschland eine Handvoll aufrechter Konservativer gegen die völlige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Ehen. Obwohl wir in einer Demokratie leben und 70% der Bevölkerung die Gleichstellung befürworten, stemmen sich einige Unionspolitiker vehement gegen den vermeintlich irregeleiteten Zeitgeist. Die Katholischen unter ihnen beteuern unbeirrt, dass Homosexualität eine abartige Sünde gegen die gottgewollte Ordnung sei und im Zweifelsfall wie eine Krankheit behandelt werden müsse. Nun ist es durchaus ambitioniert, eine gottgewollte Ordnung zu verteidigen, wenn man einer Religion angehört, deren Gott kein Problem damit hatte, dass sie seine Schäfchen im Laufe der Zeit vom Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Prinzip über Kompensationsgeschäfte bis zum Hinhalten der anderen Wange weiterentwickelt haben, der seinen einzigen Sohn als Kuckuckskind in einer unehelichen Lebensgemeinschaft auf die Welt kommen ließ und der bis zum 13. Jahrhundert keinerlei Notwendigkeit für ein Zölibat seiner Priester erkannte. Noch alberner sind die nicht-religiösen Argumente gegen die Homo-Ehe. Sie kreisen ausschließlich um den mantramäßig beschworenen Schutz von Ehe und Familie. Wovor muss die traditionelle Frau-Mann-Kind-Ehe eigentlich geschützt werden? Vor der Bedrohung durch die Homo-Ehe? Kann man sich etwas Lustigeres vorstellen als die Gedanken, dass Schwule und Lesben nichts Besseres zu tun haben, als die traditionelle Ehe zu bedrohen? Sehr amüsant ist auch die ernsthaft vorgetragene Angst um den Fortbestand der Gesellschaft insgesamt, also die Vorstellung, dass die Deutschen die Fortpflanzung komplett einstellen, sobald für Schwule und Lesben das Ehegattensplitting eingeführt wird. Über wie viele seiner Hirnzellen muss man eigentlich die Kontrolle verloren haben, um sich durch Menschen bedroht zu fühlen, nur weil sie anders fühlen, denken und leben? Und warum können sich diese geistigen Hinterwäldler nicht friedlich in den Schutz einer passenden Baumgruppe trollen? Aber sie wollen ja unbedingt ihr Rückzugsgefecht. Und da kann man nur hoffen, dass sie möglichst bald über ihre eigenen kurzen Lebenslügenbeine stolpern. Bis neulich!